Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Eurem Audio-Podcast für sämtliche Filmstarts, die in die Kinos kommen und auch für die meisten Starts, die ins Heimkino kommen, also insbesondere auf den Streaming-Plattformen. Wir besprechen echt, was wir können und versuchen uns auch eben nicht nur mit den Blockbustern zu beschäftigen, sondern auch mit den etwas kleineren Filmen. Wir beginnen trotzdem mit dem wahrscheinlich größten Start fürs Heimkino am heutigen Tag, nämlich mit Artemis Fowl. Nachdem der bereits vor einigen Wochen in den Starten gestartet ist, könnt ihr den ganz aktuell auch in Deutschland nun bei Disney Plus abrufen. Wir haben für euch Leute zusammen getrommelt, die über den Film sprechen wollten. Das sind Dom, Lasse und Mo und gerade der Lasse war's, der hier sogar die Buchvorlage kennt und sich seit einer halben Ewigkeit auf diesen Film gefreut hat. Ihr könnt also sehr gespannt sein, wie die Besprechung geworden ist. Sie ist auf jeden Fall inhaltlich sehr umfangreich und auch relativ lang. Dabei viel Spaß. Es folgt einem doppelt zu etwas ganz Besonderem, denn wir besprechen mal eine Streaming-Plattform. Aktuell gibt es Filmtastic. Filmtastic ist eine Streaming-Plattform von deutschen Anbietern, glaube ich. Und da habt ihr einfach einen Riesenkatalog an Filmen, die da präsentiert werden. Wir hatten die Gelegenheit im Rahmen von einem Presse-Account uns Filmtastic sehr ausgiebig anzuschauen. Das haben wir mal getan. Und in dem Fall sind es Paul und Pete gewesen, die sich hier eben wirklich doch ein paar Wochen mit diesem Streaming-Dienst beschäftigt haben, diverse technische Sachen mal gecheckt haben, das Angebot mal gecheckt haben. Ja, und jetzt gibt es eben das Doppel dazu, wo die beiden Jungs sich mal eben ausgiebig mit Filmtastic beschäftigen. Im Anschluss und zu guter Letzt gibt es die Besprechung zu One-Hour-Foto. Ein Film aus dem Jahre 2002, glaube ich, mit Robin Williams in der Hauptrolle. Und hier waren es Max und Stu, die scheinbar aus irgendeinem Grund Bock hatten, über diesen Film zu sprechen. Ja, und ich meine, wenn die schon Bock haben, dann stehe ich den Jungs nicht im Weg. Ein Film, ja eben vom leider verstorbenen Robin Williams. Und ich kenne den Film mehr da gar nicht, bin mir aber sicher, dass die beiden Jungs da eine Menge Infos für euch bereithalten. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken, beziehungsweise generell Kritiken und freue mich auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload, sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Ja, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann hinterlasst doch nochmal eine Bewertung auf Apple Podcast, Fürth, Facebook, Google.de, Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man solche Bewertungen hinterlassen und das würde mich doch wirklich sehr, sehr freuen. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ist wirklich etwas faul im Starte Disney oder spinnt das Internet? Das finden wir jetzt heraus in dieser gemeinsamen Review zu Artemis Foul. Hahaha. Und bevor noch mehr solcher schlechter Witze kommen, stelle ich mich mal vor. Ich bin der Dom und wir besprechen diesen Film, soweit man das so nennen kann, nicht alleine. Ich habe mir Verstärkung geholt von Leuten, die die Romanvorlage verinnerlicht, inhaliert haben, was auch immer. Und damit begrüße ich recht herzlich den Lasse. Hallo. Und den Mo. Zibeli Zapp, hier ist der Mo. Raupi Rapp. Ja, hier ist er nun endlich. Artemis Foul. Es war eine, ja, Zanggeburt. Und am Ende hat es dann nicht fürs Kino gereicht. Und hier in Deutschland durften wir ja noch länger auf das Ding warten. Genauer gesagt bis zum 14. August und damit genau zwei Monate länger als der US-Markt. Und ob es, äh, ja, ein kleiner Trauerfall war, dass man eben so lange auf die deutsche Synchro warten musste, das werden wir jetzt hier gemeinsam herausfinden. Aber bevor ich mich hier völlig verquatsche und das hier endgültig zu einem faulen Ei wird, lasse, führ uns doch mal ein. Worum geht's hier überhaupt? Also die Filmhandlung von Artemis Foul beinhaltet den zwölfjährigen Artemis Foul, den reichen Sohn eines reichen Kunsthändlers, Artemis Foul Senior, welcher in Irland lebt. Sein Vater geht verschollen, wird von irgendwem entführt. Und durch diese Entführerin findet Artemis Foul heraus, dass sein Vater nicht nur ein illegaler Kunstdieb ist, sondern eben auch involviert in die Organisation des Erdvolks. Denn in der Nähe des Erdkerns gibt es eine Zivilisation von Elfen, Trollen, Gnomen, Zwergen, Feen, etc. Und dort lernen wir eben parallel die Lab Recon-Offizierin Holly Short kennen, welche versucht, die Reputation ihres Vaters herzustellen, die einen Knacks bekommen hat. Sie ist auf der Suche nach einem McGuffin namens Echolos. Ihre Wege kreuzen sich mit Artemis, welcher sie entführt und sich dadurch verspricht, in irgendeiner Form an das Echolos heranzukommen, um eben so seinen Vater aus der Entführung zu befreien. Und außerdem lernen wir noch einen Zwerg namens Mulch Diggims kennen, der ein zu groß gewachsener Zwerg ist und der Großteil des Films spielt in Artemis Haus. Okay, ja, vielen Dank. Tipptopp zusammengefasst, muss man sagen. Ja, also Chapeau. Also ich, Lass hat den Film ja inzwischen zweimal gesehen, unter anderem auch mit mir zusammen parallel im Livestream. Und ich hätte dir nicht sagen können, worum es geht, schon während der Abspann rollte. Aber gut, bevor wir uns jetzt auf dieses, ja, man kann es nicht anders sagen, Machwerk stürzen. Wie stehen wir denn so alle generell zu Artemis Faul? Ich hatte ja schon erwähnt, ihr habt die Bücher gelesen, ich nicht. Könnt ihr das mal so kurz umreißen, was so eure erste Begegnung war mit dem Stoff? Mo, dein Auftritt. Ja, dann springe ich mal rein. Ja, die Bücher von Oren Kolfer fand ich allesamt gut. Es gibt acht Bände und noch so ein Zusatzband. Die sind alle toll geschrieben. Das sind großartige Geschichten. Die Charaktere machen Spaß. Und das Ganze habe ich mir natürlich auch erhofft, dass das als Franchise hier filmisch so umgesetzt wird, dass wir alle riesen Partys feiern und die Leute dann, so wie bei Harry Potter halt damals, mit T-Shirts rumlaufen und sich Artefakte kaufen und ich weiß nicht was. Wie gesagt, oder wie man raushört, denn wir haben alle drei schon einen leichten Unterton. Ach was. Wer das da draußen noch nicht mitbekommen hat, Achtung, Unterton, wir haben nicht bekommen, was wir wollten, was es umso tragischer macht, finde ich. Wir haben nicht mal das bekommen, was Disney wollte. Lasse, wie geht es dir damit, die Verwandlung von Buchwörtern zu filmischen Schnipseln? Ich habe die Buchreihe kennengelernt als Kind, habe das erste Buch zu Weihnachten bekommen als Hörbuch und habe mich schwer verliebt. Es ist, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne, fantasievolle, coole Buchreihe mit tollem Humor und witzigen, unterhaltsamen Figuren. Ich würde sogar sagen, das erste Buch könnte man irgendwie nennen Stirb langsam mit Elfen, so vom Aufbau her. Und ein bisschen was ist so davon übrig geblieben im Film. Was man hier dazu wissen muss, ist, dieses Ding war in der absoluten Produktionshölle, so viel ich weiß, waren die Filmrechte verkauft, bevor überhaupt das erste Buch erschien. Damals hatten es die Weinsteins und irgendwann ging es über an Disney. Und die haben Ewigkeiten daran gefeilt. Und sehr sinnvoll wäre es gewesen, wahrscheinlich war es ursprünglich der Plan, dass dieser Film irgendwann dann rausgekommen wäre, als die Harry Potter Filme populär waren, also vor etwa 15 Jahren. Ja. Warum das so lange in der Hölle schmorte, weiß ich nicht, denn wenn man die Bücher liest, merkt man, dass die so geschrieben und strukturiert sind wie ein Drehbuch mit gewissen Zeit- und Handlungsortssprüngen, ohne dass es irgendwie unübersichtlich ist. Wir zwischen von dem Charakter zu dem Charakter, es gibt eben mehrere Hauptfiguren, denen wir folgen, parallel, es überschneidet sich, überkreuzt sich, manchmal verbringen wir wirklich nur einen Satz mit einer Figur und dann sind wir schon wieder bei der nächsten. Und das würde sich alles wunderbar eignen für ein Drehbuch. Und ich weiß am besten Willen nicht, was die vier Autoren, von denen nur zwei hier genannt werden im Vorspann, da überhaupt fabriziert haben. Dieses Ding, du hast vorhin gesagt, Dom, um so einen kleinen Bogen zu machen, das Ding ist eine Zanggeburt. Ich würde noch weitergehen, es ist eine Todgeburt. Ja. Ja. Doch, trifft es auf den Punkt. Und harte Worte, das war's, macht's gut, tschüss, guck mal, sechs Minuten, 24, Bombe. Schaut euch den Film auf Disney Plus an, wenn ihr euch traut, nein, ein bisschen, wir müssen das schon sagen. Also, ich kenne die Buchvorlage nicht, das habe ich ja schon mal irgendwie mit Untertönen anklingen lassen, wir haben es irgendwie mit Untertönen. Ich hatte das Buch hier, glaube ich, mal irgendwie rumfliegen, dann ist es irgendwie verschütt gegangen bei einem Umzug oder so, glaube ich. Und ich habe es damals tatsächlich auch, weil es, ich glaube, 2001 kam der erste Band raus, das war ja so, da ging's ja los im Kino mit Harry Potter. Und ich war dann eher so auf dem Harry Potter und dann später Herr der Ringe-Trip, dass ich's irgendwie nicht so wirklich wahrgenommen hatte. Ich hab aber damals dann, also damals kursierten dann auch schon so, ja, nicht Vorwürfe, aber halt so Kommentare, ja, das schippert schon irgendwie sehr in die Potter-Richtung. Und dieser Ian Koffer, der hat sich ja immer sehr dagegen gewehrt und es soll ja auch eigentlich, also diese Vergleiche, die sollen ja ziemlich gefällig und oberflächlich sein an für sich, ne. Also, wenn man den Roman dann wirklich kennt und ich hab ja dann auch so ein bisschen mehr mal die Wikipedia durchgelesen und die Wikipedia haben sich anscheinend zumindest auch die Autoren durchgelesen. Ob sie die Bücher durchgelesen haben, das kann man natürlich da bezweifeln. Ja, also dieser Vergleich mit, das ist Harry Potter-like oder das ist Dislike, das hinkt natürlich, denn überall, wo jetzt eine Elfe vorkommt oder ein Troll rumläuft, das gab's schon vor Harry Potter und das ist natürlich ein ziemlich armes Ding. Ja, klar. Das war so lange, dass, für mich war die Ankündigung toll, ich hab mich echt gefreut. Als ich die erste Ankündigung gehört hab, hab ich gedacht, geil, das kann ein richtig geiles Franchise werden, haben wir wieder richtig viel Spaß im Kino, kriegen acht oder wahrscheinlich zehn Filme, weil das Finale auf zwei gestreckt wird. Das war so meine Vorfreude, ganz lange, bis ich dann, bis dann durch den Äther durchgesickert ist, oh, es hängt hier, oh, es hängt da, hm. Aber ich hatte immer noch Hoffnung, weil der Oren Kolfer halt selbst involviert war, auch sogar Szenen gedreht hat, die nachher nicht im Film mehr sind, das wird sicherlich auch Gründe haben. Ja, also man muss ja sagen, also der Film war ja nicht nur ewig in der Produktionshölle, sondern auch ewig anscheinend in der Postproduktionshölle, weil der Film, der wurde ja ewig auch noch verschoben. Also der sollte ja ursprünglich, ich glaub, die ersten Trailer sind irgendwie aus dem Jahr 2018. Der erste Teaser ungefähr. Genau, dann sollte er letztes Jahr, glaub ich, im Sommer kommen, wurde dann aber verschoben, unter anderem wegen dem Aufkauf von Fox durch Disney. Und ja, dann hat man ihn jetzt in der Corona-Krise dann letzten Endes auf Disney Plus geschoben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, dass Corona eigentlich nur ein Vorwand ist und dass sie verdammt genau wussten, dass das nicht im Kino funktioniert. Denn man muss ganz klar sagen, auch wenn dieser Film ursprünglich für die Leinwand vorgesehen war, sieht er für mich aus, als wäre er schon immer für Disney Plus gemacht gewesen. Alles in der unterirdischen Welt sieht teuer aus und ist nicht schlecht gemacht. Ab und zu sieht man ganz eindeutig, dass es da Probleme gibt bei den Effekten. Bestimmte CGI-Wesen, ganz speziell der Troll, sehen veraltet aus. So etwas, das sieht aus wie etwas aus Percy Jackson. Ja. Was auch ein gutes Stichwort ist in Percy Jackson, ist so eine weitere Property, die extrem gebutschert wurde in der Verfilmung. Kommt jetzt als Serie. Ja, oh ja, ja, genau. Und ich schätze mal, weiß nicht, vielleicht wird es dann genauso lange dauern, bis die mit Artemis Foul wieder was versuchen. Denn, wie gesagt, die Harry Potter Sachen sind einfach, die Harry Potter Vergleiche bieten sich einfach nur dadurch an. Es ist eine Kinderserie, die dann zur Young Adult Buchserie wurde und es gibt magische Kreaturen. Das ist auch schon alles. Und im Deutschen gab es noch einen weiteren Link, weil Rufus Beck hat beide Hörbücher vorgelesen. Weshalb ich umso mehr dann als Kind noch diese gewisse Nähe hatte zu Harry Potter. Aber der ganze Rest ist einfach nur, es ähnelt sehr viel eher so etwas wie Men in Black. Und teilweise der Film hatte dann auch noch gewisse Bright-Parallelen. Ja, oh Gott, ja. Die Art und Weise, wie die Kobolde dargestellt sind. Da dachte ich, mh. Also wir müssen vielleicht, also ich trete mal jetzt, im Gedenken an Stu trete ich jetzt einmal wirklich die Tür ein. Der Film ist in den USA von der Kritik förmlich verprügelt worden. Und ich hab ja schon von vielen gehört und auch von dir, Lasse halt, und das merkt man dem Film am Ende auch an, das ist eigentlich kein Stoff für Disney gewesen. Wirklich überhaupt nicht. Also du meintest ja auch, die Bücher sind teilweise ziemlich brutal, unter anderem auch. Ach ja, extrem. Es gibt da aufgeschlitzte Kehlen, zerbrochene Knochen, bladiblub, was weiß ich. Es gibt Handlungsstränge mit der Mafia, alles mögliche Zeug. Ja, das ist ja der größte Fauxpas, den sich hier Disney erlaubt hat. Im Grunde haben sie ein fertiges Drehbuch gehabt. Sie hätten es eins zu eins zu übernehmen können. Sie konnten aber die Finger davon nicht lassen und haben es dann an ganz wichtigen Stellen tatsächlich zerhackt auf den Boden geworfen und noch drauf getrampelt. Abgründig miese Performer. Jeder in diesem Film spricht wie Batman. Was ist da los? Rauchen alle Gouloirs und trinken Whisky und sprechen wie Batman? Wir haben Kaugummischatz. Also natürlich steht er an einer Stelle, hat ein Glas Milch in der Hand, erfährt etwas Dramatisches. Und was passiert? Was passiert? Das Glas fällt in Zeitlupe runter. Es sind generell inszenatorische Schnitzer teilweise drin. Also man muss ja sagen, der Film ist ja nicht direkt schlecht inszeniert durchweg. Wir haben ja eigentlich einen fähigen Regisseur mit Kenneth Brenner. Der ist ja in erster Linie bekannt für so Shakespeare-Stoffe, hat zum Beispiel aber auch Thor verfilmt für Marvel oder zuletzt auch Mord im Ohrendexpress. Und der hat hier auch direkt zwei Schauspieler aus Mord im Ohrendexpress am Start, nämlich Josh Gett zum einen, der diesen überproportional großen Zwerg namens Malsch ... Wiggums oder Higgums? Diggums. Und dann hatte ich dann alle Buchstaben vorne durch. Und Judi Dench und äh, ja. Also Josh Gett, muss ich sagen, bin ich überhaupt nicht irgendwie mit warm geworden. Also der wirkte auf mich, wenn ich jetzt auch nochmal so drüber nachgedacht hab, auch im Internet mal so ein bisschen so die Meinung hab schweifen lassen. Der wirkt halt wie so ein Hagrid-Abklatsch. Und die Rahmenhandlung um ihn, dass er dann irgendwie sitzt, verhört wird und dann irgendwie ewig erzählt, das funktioniert für mich hinten und vorne nicht. Und da merkst du auch ganz klar, dass der Film da richtig zusammengeklöppelt ist. Also der hat ähnliche Kinderkrankheiten, also er hat mich, er hat mich bei der Sichtung, hat er mich durchweg erinnert an die Legende von Arm von M. Night Shyamalan, der ein ähnliches Debakel ist, was Adaptionen angeht, also von der Nickelodeon-Serie damals, ähnlich expositionslastig, geradezu wütig ist und einem überhaupt kein Gefühl oder keine Gelegenheit gibt, in eine Welt einzutauchen. Und mit dem hat er auch sogar diese ungewöhnlich kurze Spielzeit gemeinsam. Also der Film, der geht ja mit Abspann, 95 Minuten ohne Abspann, 88. Und auch wenn er sich anfühlt wie zwei Stunden locker oder sogar noch mehr, ist das dieselbe Schwäche, die die Legende von Arm hatte, dass du eben überhaupt kein Gefühl für diese Welt kriegst oder was da jetzt eigentlich konkret ist. Also der Film ist so konfus, dass du, glaube ich, nicht mal als Buchleser da wirklich durchsteigen kannst und als jemand, der der Materie völlig fremd ist, hast du eigentlich schon verloren nach einer Viertelstunde, habe ich das Gefühl. Ich hatte teilweise ganz schöne Schwierigkeiten und ich kenne tatsächlich die Buchvorlage. Lass mich das fragen, Dominik. Oft bei Buchverfilmungen, die keine guten Buchverfilmungen sind, da wird aber trotzdem auf dem Buch Unkundigen klar, was vielleicht der Appeal war, der Vorlage und wie das vielleicht da und da im Buch besser funktioniert und dass man daraus einen guten Film hätte machen können. Hattest du da hier dieses Gefühl? Durchaus, ja. Doch, 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 doch. Wir haben ihn nicht verloren. Er ist noch zu retten. Ich hatte im Vorfeld halt einiges auch gelesen und die Vorlage interessierte mich eigentlich auch. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist das immer wieder mal so bei mir im Kopf aufgetaucht und dann wieder in Vergessenheit geraten, aber man spürt schon irgendwie, dass da eigentlich mehr ist. Und das fängt schon bei der Hauptfigur an, zu der wir jetzt eigentlich mal kommen. Oh Gott. Artemis Foul, gespielt von diesem Newcomer Ferdy Ashour, ist sein Leinwand-Debüt tatsächlich. Das Kind, das man nicht ansehen mag. Ja, es ist die Frage, ich würde gar nicht mal sagen, dass er direkt eine Fehlbesetzung ist, für mich zumindest. Nee, der ist nur fehl am Platz. Optisch ist er gut besetzt, definitiv. Ja, er geht nur halt völlig unter, ähnlich wie zum Beispiel auch Nora Ringer in Die Legende von Aang oder das hatte ich auch schon zu Lasse gesagt, während wir den Stream geguckt hatten, zusammen. Der Film hat in der Hinsicht das Hobbit-Problem. Also der Name steht eigentlich im Titel und er ist eigentlich auch die Hauptfigur, aber theoretisch ist jede Figur interessanter im Film und zwischendurch vergisst du, dass er eigentlich dabei ist. Ach Gott. Weil er einfach so belanglos ist, ne? Ja, 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 ja. Weil der Figur kommt immer mal wieder durch, das meinte Lasse auch zu mir, dass immer mal so wieder dieser Buch Artemis durchblitzt. Wie war das für euch? Ja, definitiv. Gerade in der ersten Szene, welche aus dem zweiten Buch übernommen wird, wenn er mit dem Psychiater redet, da ist es definitiv der Buch Artemis und ab und zu, wenn er mit der gefangenen Holly redet auch. Auch das Problem ist, dass er da im Kontext des Films ganz offensichtlich eine gewisse Rolle spielt, weil eigentlich im Film selber ist er das verängstigte Kind, das unbedingt seinen Vater holen will und der dieser Welt noch völlig neu ist. Und er ist wirklich, du hast bei diesen Szenen nicht das Gefühl, dass er die Kontrolle hat. Genauso, wenn er später mit Judi Dent spricht an dem Tisch. Sie ist in der Kontrolle, ganz offensichtlich. Nicht nur, weil sie die erfahrenere Schauspielerin ist. Halt bei ihm wirkt das dann, wirkt das aufgesetzt und phony. Und das ist nicht wirklich die Schuld von dem Jungen. Ich denke mal, er könnte das irgendwie hinkriegen. Es ist halt wirklich das Drehbuch und der Kontext der Szenen selber, wie es diese halt vollkommen schlachten. Und ich will ja nicht so weit gehen irgendwie, das ist anders als ein Buch, das ist anders als ein Buch. Eine Änderung allein ist nicht unbedingt ein Fehler und sollte nie so gewertet werden. Aber das Ding ist einfach wirklich, ja, Figuren aus dem Buch sind irgendwie da, aber sie sind komplett kastriert in ihrer Tätigkeit und teilweise auch in ihrem Charakter. Wo dann einfach größtenteils hast du dann diese Figuren, die nicht wirklich etwas zu tun bekommen. Und wenn sie etwas zu tun bekommen, dann ist es oft das Falsche. Mo, möchtest du denn mal umreißen, was so die groben Unterschiede sind zwischen dem Buch Artemis und dem Film Artemis? Da muss man ja, glaube ich, schon so das schon für sich formulieren, glaube ich, ne? Ja, das reicht, wenn man tatsächlich die erste und die größte Schweinerei nimmt, die Disney sich da getraut hat. Nämlich im Buch ist Artemis einfach ein eiskalter Fisch. Der ist voll drin im Gangster-Business. Seine ganze Familie ist das. Und da gibt es kein Wischiwaschi mit, wir sind Kunsthändler, sondern das sind richtig gestandene Diebe. Und die haben das Faustdick hinter die Ohren, die haben die neuesten Gadgets, die kriegen jeden safe geknackt. Die schaffen das alles und er weiß genau, was er will. Und hier hast du halt diesen weichen kleinen Keks, der die Hauptrolle übernehmen soll, der da reingeworfen wird und nebenbei erfährt, dass sein Vater mit dem komischen Wirrwarr, was er offensichtlich die ersten zwölf Jahre seines Lebens dem Kind eingetrichtert hat, ihm keine Märchen erzählt hat, sondern die wahre Welt der Elfen. Das ist alles so, die haben ihn kastriert, die haben den Jungen kastriert und deswegen, ich kann den Jungen nicht verteidigen, weil ich fand ihn doof. Sicherlich, er kann das nicht ausspielen, weil das seine erste Rolle ist und hat er nur gemacht, was sein Job ist. Und einem Samuel L. Jackson oder einem Nicolas Cage könnte ich das eher verzeihen, weil ich weiß, was die können. Den möchte ich nicht nochmal sehen, der hat mich mehr genervt als der kleine Junge bei Episode 1. Was für trauriges Debüt, wirklich. Also es ist halt wirklich fast so eine Jake-Lloyd-Situation, wurde aber hier, denke ich, weiß nicht, ist vielleicht das Potenzial ein klein bisschen größer. Also es ist ja immer so das Argument, wenn Kinder schlecht spielen in Filmen, dann ist das eigentlich nicht die Schuld der Kinder, weil Kinder müssen theoretisch nicht schauspielern können, sondern es ist die Schuld der Regie, die eben nicht viele aus ihm rausgeholt hat. In dem Fall wäre es dann Kenneth Brenner. Ich müsste jetzt auch mal überlegen, ob Kenneth Brenner vielleicht auch noch nicht so wirklich so mit Kindern gearbeitet hat. Und man muss natürlich bedenken, also der Junge, also guckt euch das in der IMDb an, Ferdy Herschaw, der ist ein komplett unbeschriebenes Blatt. Und ich weiß nicht, aus wie vielen Kindern der gecastet wurde, aber der muss ja irgendwie was gehabt haben. Keine Ahnung. Ich glaube, das ganze Ding leidet tatsächlich darunter, und das haben wir alle hier schon mal einmal gesagt. Wir haben nicht das Gefühl, dass hier ein riesen Kinofilm inszeniert wurde, sondern irgendwie eine Melange aus, wir machen was fürs Fernsehen, vielleicht wird es eine Serie, vielleicht wird es der Start von irgendwas. Und ganz ehrlich, ich muss auch wirklich fragen, hat Kenneth Brenner hier irgendwas zu sagen gehabt? Ich weiß es nicht. Das einzig Hübsche hier in den ganzen Filmen ist die Delle, die bei Kenneth Brenner jetzt entstanden ist. Denn alles, was er sonst gedreht hat, finde ich gut. Das hier nicht. Und für mich ist das, sie haben den Namen drunter getan, weil er ein paar Tage am Set war, aber ich glaube, hier hat Disney ganz klar federführend alles in der Hand gehabt. Die haben das weichgespült, die haben das Bissige rausgenommen, was man gut hätte reintun können. Denn das ist hier ein Kinderfilm, den nicht mal Kinder gut finden werden. Ich meine, er hat auch mitproduziert tatsächlich, nicht nur Regisseur, sondern auch als Produzent wird er aufgeführt. Ja, aber ganz klar, wenn Disney dich anruft und die sagen, pass mal auf, du hast so einen Frosch und du hast ein Telefonbuch, daraus machen wir eine Serie und du bist unser Mann, dann sagst du ja auch nicht, nee. Und der hat das ja schon mal gemacht für Disney, das Cinderella-Remake ist von ihm, auch mit Alonso Anosier, der hier Butler spielt. Stimmt, genau. Heidewitzker. Ja gut, vielleicht ist schon ein Indikator, also Kenneth Brenner ist ja sowohl Schauspieler als auch Regisseur und in den meisten seiner Filme übernimmt er ja auch die Hauptrolle. Also zuletzt auch Mord im Orient Express oder ich erinnere mich zum Beispiel an seinen eher mäßig gelungenen Frankenstein-Film. Der Mann, der hat auch durchaus immer so einen leichten Hang zum Narzissmus, also zum Beispiel in diesem Frankenstein-Film ist sehr auffällig, dass er da sehr oft oben ohne zu sehen ist und irgendwie schwitzend im Labor und so, aber gut, das gehört woanders hin. Aber vielleicht ist das auch schon ein kleiner Indikator, dass er hier sich irgendwie selber nicht mit einer Rolle verewigt hat. Nicht direkt, ich glaube die Stimme, die Mulch verhört, gehört ihm, ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, in der IMDb steht nichts. Und vor allem hast du da was falsch gemacht bei Orient Express, der war nicht eher der Hauptdarsteller, sondern sein Schnauzbart. Ja, und sein französischer Akzent, aber gut. Aber nur ganz kurz mal zur Rettung des kleinen Jungen. Nee, Quatsch, vergiss das, den kann man nicht retten. Zur Rettung von Kenneth Brenner. Wenn wir sagen, der weiche Keks hätte besser gespielt, wenn man ihn besser an der Hand genommen hätte. Okay, lass ich gelten. Was ist mit allen anderen? Die sind genauso schlecht. Die haben von der Tanke weggefischt und haben gesagt, passt mal auf, hier gibt es warmes Essen und nebenbei drehen wir einen Film. Was ist denn mit Judi Dench los? Ich finde nicht, dass die schlecht sind. Ich finde halt nur einfach, sie sind profillos. Weil als ich gehört habe, dass sie, weil offensichtlich Commander Ruth ist männlich im Buch, was diesen kompletten Konflikt halt für Holly hat, weil sie ist eigentlich die erste Frau in ihrer Aufklärungseinheit und muss sich dort beweisen. Ja, das ist richtig, wichtig, wichtig und kaputt gemacht. Dieser Arc wird hier kaputt gemacht und sie versuchen etwas hinzuzufügen, woraus sie nichts machen, aber gut. Aber halt, ich dachte, als ich gehört habe, sie besetzen Judi Dench mit der Rolle, dachte ich, oh, sie als so grummeliger Elfenkopf-Chef, daraus könnte man was machen. Und ich finde, sie ist gut in der Rolle. Das Problem ist halt, sie hat nur nicht wirklich viel zu tun, dasselbe mit allen anderen. Halt Alonso Anosier, dachte ich, hey, cool, wir haben bestimmt ein cooler Butler. Ich meine, er ist kein Eurasier wie im Buch, aber egal, wenn sie sowas ändern. Aber dann kriegt er halt auch nicht wirklich was zu tun und ist eigentlich eher Comic Relief als Kämpfer. Genauso bei Holly, ihre Handlung ist kastriert, sie hat kaum was zu tun. Spielt nicht schlecht, wirklich nicht, aber sie ist auch eher ... Ja, aber wie willst du denn den Leuten auch Jobs geben bei gerade mal 88 Minuten Spielzeit? Ja, eben, genau. Alles kastriert, wie gesagt. Die Geschichte ist so dünn und sie hätten aus jedem Charakter was rausholen können. Also, wir haben hier Josh Glatt als übergroßen Zwerg. Das war der Funny Hook, das sollte witzig sein. Ist das im Buch so? Nö, aber auf dem Scream kommt das halt ein bisschen besser. Und ein, zwei witzige Sätze hat er. Definitiv. Das gebe ich ihm. Er hat ein paar gute Sätze. Aber diese ganze Schose mit, ich erzähle euch mal, was hier passiert. Und dann reden wir alle so. Ja, Judi Dench auch. Judi Dench auch. Also, vor allem frage ich mich ... Bei Judi Dench hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, so wie sie da stand. Und sie hat ja die ganze Zeit so eine gebückte Haltung. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hat sie untenrum noch das Katzenkostüm? Ja, das schlägst du jetzt sogar gut den Bogen, weil ihre letzte Rolle in Cats wurde ja auch zu einer Frau gemacht. Keine Ahnung, ob neulich irgendwie die Rollen für sie umprofiliert werden oder ob ihr Agent einfach mal irgendwie gefeuert gehört. Aber man muss ja sagen, in Cats ist sie auch nicht ... Also, so fürchterlich der Film ist, ich habe ihn letztens auch gesehen unlängst und nicht zu empfehlen. Also, sie spielt sowohl in Cats als auch hier nicht direkt schlecht. Aber Lasse hat es, glaube ich, gerade schon getroffen. Profillos. Und das ist, glaube ich, auch das Zauberwort dieses ganzen Films. Der ist einfach komplett profillos. Er löst auch eigentlich nichts in mir aus. Ich habe das auch wirklich gemerkt, das habe ich auch zu Lasse gesagt, während wir den geguckt haben. Ich weiß gar nicht, was ich großartig in dem Podcast sagen soll. Ich kann über diesen Film eigentlich nur reden, indem ich ihn mit anderen Debakeln, Stichwort die Legende von Aang oder zum Beispiel auch der Warcraft-Verfilmung, vergleiche. Weil ansonsten ist da nichts. Auch diese ganze Welt, die wirkt für mich, auf Deutsch gesagt, wirklich zusammengeschissen. Aus allen möglichen Sci-Fi-Fantasy-Versatzstücken schon wirklich. Also, manches sieht aus wie bei Percy Jackson, manches sieht aus wie bei Man in Black. Dann wiederum hat man Orcs, die sehen aus wie aus Bright and Lean von Netflix mit Will Smith. Also, es passt irgendwie nichts zueinander und du kriegst einfach kein Gefühl für diese Welt. Und du hast viele Szenen, wo du eigentlich jetzt ... Also, da gibt es halt diese ganz klassischen Establishing-Shots, wo du jetzt halt irgendwie eingeführt werden würdest in die Welt. Aber stattdessen wirkt das alles so leblos und rudimentär. Du hast das Gefühl, du wirst irgendwie vor die Scheibe gestellt, wie ein Museum oder so. Aber du darfst nicht durchgreifen. Das ist auch gerusht. Ja, es ist alles nur Kulisse. Es ist alles total gerusht, total gehetzt. Du darfst nie mal irgendwie eintauchen. Es stellt sich nie Immersion ein. Und gerade bei so einer Urban-Fantasy-Geschichte ist das schon ein gewaltiges Problem. Ich hatte ganz oft Green Lantern-Flashbacks. Nicht nur, weil er visuell teilweise ähnlich aussieht, sondern eben auch, weil da hast du dann so einen schönen Sweeping-Shot, wenn sie über diesen Planeten-Ohr fliegen. Und das war's dann, was du von diesen Planeten siehst. Der Rest sind dann halt irgendwelche Türme im Hintergrund. Und der Großteil ist auf der öden, dort orangenen Erde. Die setzen die Priorität nicht richtig. Und zugegeben, das erste Buch spielt auch größtenteils in und um Artemis Fouls Haus herum. Aber da hast du halt Charakterspiel und Dinge, die passieren und all das. Und hier hast du dann halt auch ... Na, vor allem hast du im ersten Buch eine Origin-Story, die du spannend findest. Das hast du so noch nicht gehabt. Klar sind das Versatzstücke und so. Aber so, wie sie zusammengestellt sind mit den Dialogen und mit dem ... Alleine schon, dass der kleine Junge erst mal ein ganz unangenehmer Tropf ist, mit dem du gar nicht warm werden willst und über die Bücher das eben doch wirst. Das ist halt für mich mega wichtig, dass du ihn erst mal nicht magst und dann eben mögen lernst. Und das haben wir uns hier genommen. Wir sollen den gleich gut finden. Das ist ein ganz cooler Typ, der surft am Ackerraum. Oh Gott, ja. Denn das tut man in Irland. Ja, auf jeden Fall. Ja, das weiß ja jeder. Man reitet auf einer Guinnesswelle. Aber die 29 Minuten, die wir hier schon reden, die haben mehr Emotionen als dieses ganze Stück Quark. Ja, das stimmt. Es ist halt einfach eine der offiziellen Hürden, vor denen an Disney stand. Das Mist, wir haben hier eine Hauptfigur, die von Anfang an nicht wirklich mega sympathisch ist und eher kalt, die dann halt erst später einen Ark hat. Du folgst ihm trotzdem gerne. Er ist irgendwie ein Unsympath, aber er ist höchst motiviert. Genauso wie mit einigen Figuren von Game of Thrones. Vielleicht hasst man diese Figuren, aber man schaut ihn trotzdem gerne zu, denn sie haben eine Motivation, einen Drive. Selbe mit Artemis. Aber Disney dachte sich, wir können keinen Bösewicht und keinen Arschloch als Hauptcharakter haben. Wir müssen das verändern. Und das Ding ist aber, Disney hatte das schon. Und zwar in Flabber. Ihr könnt mir nichts anderes sagen. Flabber ist die schlimmste, unsympathischste und böseste Rolle, die Robin Williams jemals gespielt hat. Und er war ein creepy Stalker in One Hour Photo und ein Mörder in Insomnia. Ich habe Flabber nie gesehen. Oh, du hast Glück. Ich habe ihn gesehen und das ist solche Urzeiten her. Also da kann ich jetzt leider nicht die Verbindung ziehen lassen. Ich war geschockt. Also das ist eine unfassbar unsympathische Figur. Wie du schon gesagt hast, Dom, wir machen genau das. Wir vergleichen Mist mit Mist und gucken, wer gewinnt hier. Und hier gewinnt keiner. Wir bleiben halt leider alle auf der Strecke. Nicht das Publikum. Nee, wirklich, keiner. Ja, es ist jetzt die Frage, also ihr betrachtet ja den Film so oder so irgendwie auch von der Buchleserwarte. Ich ja eher so von der Otto-Normalow-Filmguckerwarte. Und ich habe mir dann gedacht, ja komm, irgendwie lasse ich mich auf das Ding ein. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Reaktionen auf die Trailer, die ja auch schon eher mäßig beschlecht waren. Und dann eben jetzt das Presseecho aus den USA. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber gerade wenn ich sowas höre, dann möchte ich solche Sachen sehen. Dann möchte ich wirklich wissen, was steckt dahinter, hinter diesem Negativ-Hype. Und ich muss ganz klar sagen, also ich kann den Film ja von der Vorlage losgelöst betrachten. Aber so funktioniert der halt auch nicht. Nee. Also wirklich hinten und vorne nicht. Du hast völlig uninteressante Charaktere. Du hast eine Welt, die ziemlich rudimentär wirkt, die interessant sein könnte, wo du auch mal hin und wieder das Potenzial spürst. Aber es zündet einfach nichts. Und das Schlimme ist gar nicht mal, dass dieser Film, also Mo hat es gerade eigentlich schon richtig gesagt, dieser Film löst jetzt eigentlich nur im Nachhinein, wenn man darüber redet, eine Emotion aus. Weil selber ist der einfach wirklich völlig egal. Es ist einfach so egal, alles, was da passiert. Bei manchen Szenen denkst du dir nur, what the fuck, ob es jetzt irgendwelche inszenatorischen Entgleisungen sind in den Action-Szenen, die teilweise wirklich richtig cruder scheiß sind visuell. Oder aber diese Szene halt von Josh Gett, die zugegebenermaßen in Erinnerung bleibt. Ich weiß gar nicht, hat man die schon im Trailer gesehen? Nee, nicht. Aber ich glaube, dieses Ding wurde ziemlich oft gemimt. Mo, als wir gelesen haben, dass Zwerge ihren Kiefer ausrenken können und dann sich durch die Erde graben und das Zeug kommt am anderen Ende wieder raus. Hattest du dir vorgestellt, dass das Kiefer ausrenken so dermaßen unfreiwillig gruselig aussehen würde? Das ist wirklich John Carpenter's The Fan-Body-Horror-Theorie. Ich habe wirklich damals im Buch, ich habe mir das gar nicht so vorgestellt. Ich habe mir gedacht, naja, okay, dann schnute auf hinten raus, muss ja irgendwie raus, ist halt ein Wurm. Aber nee, also ich würde sogar sagen, das ist einer der Memorable Moments. Also das werde ich nicht vergessen, das werden wir sicherlich noch ein paar Mal sehen. Ist auf YouTube garantiert. Aber wie du schon gesagt hast, Dom, es gibt halt diese Money-Shots. Also als die Holly da irgendwie nachgetaner Arbeit ins Büro kommt und alle erstmal hier schön klatschen, wo ich mir auch gedacht habe, alter Schwede, ey. Obwohl Money-Shot ist ein schönes Stichwort, weil ich finde nämlich, dass der Film, also es ist nicht so, dass der scheiße aussieht. Aber das hatte ich ja schon mal gesagt, der sieht eigentlich aus, als wäre er schon immer für Disney Plus bestimmt gewesen. Und er sieht, der hat für mich keine Bilder, die irgendwie im Gedächtnis bleiben. Und schade ist, in den Trailern zum Beispiel gab es die sehr wohl. Also ich erinnere mich da beispielsweise an diesen Shot, wo irgendwie in dem Trailer so ein, ja, halt so ein Luftfahrzeug da irgendwie in diese Unterwelt da fliegt oder was. Oh ja, das ist nicht im Film. Ja, und das hatte was. Da dachte ich mir so, ja, das ist mal was komplett Neues, das könnte was sein, es fühlt sich irgendwie frisch an. Und im Film selber, also das ist halt auch das große Problem. Und da merkst du halt, dass dieser Film eigentlich mit 15, 16, was auch immer Jahren im Verzug gekommen ist, der fühlt sich altbacken an. Der fühlt sich an wie eine Young-Adult-Verfilmung, die irgendwie so, weiß ich nicht, so um die Zeit von Eragon oder wo eben alle auf der Suche nach dem neuen Harry Potter waren, da gab es da tausend Epigonen, aus der Zeit hätte der eigentlich kommen müssen, dieser Film. Und so einen ähnlichen Effekt hatte ich auch damals bei Warcraft The Beginning. Und da war halt auch das Problem, der hat halt diese ganzen Sachen irgendwie drin, die durch Herr der Ringe populär geworden sind. Das Problem ist aber, du hast dann dazwischen über eine Dekade, wo diese Sachen so durchgenudelt wurden, dass die Sachen, die irgendwann mal cool waren, irgendwann nur noch Klischees und Versatzstücke sind. Und deshalb nehme ich das jetzt auch so in der Art dem es faul war. Das wirkt für mich alles komplett zusammengestückelt und es tut mir auch wirklich leid gegenüber dieser anscheinend wirklich ziemlich tollen Vorlage. Gut, dass du den Look angesprochen hast, denn auf mich wirkte das teilweise überproduziert und überbeleuchtet, sehr flach. Sowas wie, auch gerade bei Disney+, sowas wie Mandalorian, finde ich, sieht cinematischer aus tatsächlich. Denn du hast da stimmungsvolle Beleuchtung und irgendwie auch Shots, die so eine gewisse Stimmung heraufbeschwören wollen. Und hier wirkt das alles flach, es wirkt zu hell. Es gibt diese eine Kampfszene vor Artemis Fowls Hause. Die wirkt, als hätte Kenneth Branagh gerade Kingsman gesehen und gedacht, oh, sowas will ich auch probieren. Aber dann absolut keine Ahnung hatte, wie genau er das veranstalten will. Es gibt den Trollangriff in dem Haus, welcher dann zu einer völligen Slapstick-Nummer degradiert wird. Während Patrick Dolls Musik wirklich das allerbeste versucht, in irgendeiner Form was zu retten, was herzallerliebst ist. Wo er wirklich Stimmung machen will mit Blechbläsern und Synthesizern und all dem. Er ist das einzig irische in diesem Film, gefühlt. Oh mein Gott, am Anfang. Oder Colin Farrell vielleicht noch, der so ein bisschen, ja, der phoned so seine Performance durch, ne. Also mehr ist das nicht. Oh Gott, es ist halt, vor allem Colin Farrells Rolle wurde in Nachdrehs vollkommen hier reingekittet. Er war in drei Tagen fertig. Genauso wie, ich schätze mal, genauso wie das meiste mit Opel Cowboy, welche eigentlich eine Schurkin ist, die im zweiten oder noch in einem anderen Buch kommt. Hier vollkommen daneben, also sie kriegt kein Profil, du weißt nicht genau, wer diese Figur ist. Siehst nie das Gesicht, hörst nur die Stimme, wo du halt auch verwirrt warst. Wenn du dir zwischendurch ein Malzbier holst, dann war sie da, war wieder weg. Du weißt überhaupt nicht, dass sie im Film ist. Vor allem, mir ist auch was aufgefallen. Teilweise hast du auch das Gefühl, dass Szenen irgendwie so im letzten Moment zusammengeworfen wurden und überhaupt keinen Sinn ergeben hintereinander, denn du hast bei Hollys Vorstellungen, hast du, sie geht aus diesem Transporter raus und macht sich auf den Weg zur Kommandozentrale, wie auch immer. Dann hast du einen Schnitt zu diesem Gefängnis, wo dann Opel Cowboy den Captain rausholt, was eigentlich auch nicht so im Buch passiert. Aber sie hat dann halt irgendwie, oh, du hattest eine schlimme Reputation, ich hol dich hier jetzt wieder raus und du kannst jetzt wieder da mitmachen. Dann siehst du, wie Holly in der Kommandozentrale ankommt und er ist schon da, in voller Uniform. Wo du dann auch denkst, was? Ja, die haben, da ist jede Menge rausgeschnitten. Wir haben im Trailer Sachen gesehen, die nicht mehr drin sind. Wir wissen, dass extra Szenen gedreht wurden, die anstelle von schon vorhandenen Szenen eingesetzt wurden. Das Ding ist, ist just a mess. Und irgendwann haben sie gesagt, scheiße, wir können den jetzt nicht nochmal ein Jahr schieben. Lass uns die Gurke rausbringen, wir tun ihn auf unseren eigenen Streaming-Dienst. Die Leute haben sowieso schon bezahlt, weil sie The Mandalorian sehen wollten. Ja. Drop, gelutscht, fertig. Ja, genau. Also einfach dann zuvor, cut your losses. Halt, wir müssen in irgendeiner Form beweisen, wo das ganze Geld geblieben ist. Halt irgendwie zeigen, dass das nicht irgendwie so ein Tax-Write-Off war. Das 125-Million-Dollar-Budget. Aber dann haben sie leider kaum was dafür vorzuzeigen. Ab und zu sieht man das Geld auf der Computerwand. Weil Leinwand kann ich jetzt leider nicht mehr sagen. Ich kann mir halt wirklich meinen besten Willen nicht vorstellen. Selbst ohne Corona, ohne dieses ganze Zeug. Und wenn der Film planmäßig rausgekommen wäre 2019, vielleicht sogar 2018 schon. Ganz egal wann. Niemand hätte das Ding gesehen. Das Grundinteresse an den Büchern ist längst verflogen. Eventuell nur Die-Hard-Fans hätten sich das angeguckt. Aber die wären auch von den Trailern abgeturnt gewesen. Dieses Ding würde im Kino verwesen und herumstinken und Platz wegnehmen. Und also deshalb ist es vollkommen verschwendet. The Walking Dead. Ja, es ist halt wirklich Perlen vor die Säue. Ich meine, du hast ja eigentlich eine gar nicht mal so schlechte Ausgangssituation gehabt. Aber es ist einfach, der Fisch stinkt halt vom Kopf an. Kann man nicht anders sagen. Und wem man da jetzt die Schuld zuschiebt, ja weiß nicht, also Disney dürfte da einigen Anteil dran haben. Definitiv. Die haben mir wahrscheinlich gedacht, sie haben ja einfach ein Franchise a la Harry Potter irgendwie an der Hand. Ganz ehrlich, also das kann ich auch nur noch mal betonen, als der Film zu Ende war, habe ich direkt zu Lasse gesagt, oh wisst ihr was, in zehn Jahren, weiß ich nicht, hat Netflix die Rechte und macht da eine Serie draus. So wie bei einer Reihe betrüblicher Ereignisse zum Beispiel auch, was so vielleicht so ein bisschen so eine ähnliche Kerbe schlägt. Das sind auch eher erwachsenere, düstere Kinderbücher, sag ich mal. Aber der Film war gut trotzdem von einer Reihe betrüblicher. Der war gut, fühlte sich aber auch ein bisschen zusammengeklebt an. Aber der war nicht so schlimm wie das hier. Nee, also der hat für sich allein funktioniert. Der Jim Carrey. Dem konntest du voll. Der war aber auch ein Flop. Das Ding ist halt auch, du guckst ja diesen Film an und denkst dir, Kenneth Branagh hat irgendwie noch nie einen Film wirklich inszeniert. Der Typ hat über 30 Jahre Erfahrung. Der Typ hat noch länger Erfahrung, als dieser Film in Entwicklung war. Deswegen sage ich ja, das hat er gar nicht gemacht. Es ist halt wirklich, das könnte genauso gut irgendwie No-Name-Director, der irgendwie vorher einen Kurzfilm oder ein Musikvideo gemacht hätte. Ich glaube, weiß nicht, der Film würde so aussehen, wenn ich den mit meiner jetzigen Erfahrung sehen würde wahrscheinlich. Unter genau demselben Einfluss. Wo du einfach, du hast keine Handschrift, du hast nicht das Geringste, was irgendwie rausstechen lässt. Ist euch das aufgefallen? Es gibt ein, zwei Shots, wo die Framerate extrem droppt? Ja. Vor allem in Action-Szenen, das sieht so scheiße aus. Ja. Ja, aber jemand bedient dich das auf einem Kontrollboard und aus irgendeinem Grund hast du da 10 Frames per Second. Und später noch, als dann das McGuffin das tut, was es tun soll, was auch immer es ist, ich weiß es nicht genau. Ist es ein Teleporter, ist es eine Waffe, ist es ein Infinity-Stein, keine Ahnung, dieses Ding kommt in den Büchern nicht vor. Ja, großartig. Aber da ist dann auch plötzlich die Framerate extrem niedrig, während es dann da reinfährt. Und wo ich mir dann dachte, was genau ist da der Grund dafür? War das stilistisch so beabsichtigt? Oder haben sie den Shot nachträglich in Slow-Motion gemacht, aber eben nicht in Slow-Motion gefilmt? Halt diese ganzen Dinge, die vollkommen durcheinander sind, die technischen Dinge machen sie ja vollkommen falsch. Die bringen nicht gut rüber, wie so eine Zeitkapsel funktioniert. Sie bringen nicht gut rüber, wie die Feenmagie funktioniert. Es ist einfach keine gute Einführung in diese Welt. Und du bist als Newcomer absolut alleingelassen mit irgendwelchen Behauptungen. Wenn Artemis Foul am Schluss sagt, I'm a criminal mastermind, dann denkst du dir, was? Wie? Was hat er gemacht bisher? Also diese Stelle am Schluss, wo er das sagt, die steht eigentlich sinnbildlich für alle möglichen Probleme des Films. Eben, dass er das dir förmlich sagen muss, dass das wie eine Behauptung wirkt. Und dass es einfach überhaupt keine Entwicklung dahin gibt. Das sind eigentlich so die Kernprobleme des Films. Weil du kannst wirklich sagen, es ist ein Expositionsfest, was sich abwechselt mit langweiligen, wirklich auch langweilig gefilmt, langweilig gestageten Szenen und Übermaß an CGI. Was auch noch teilweise erstaunlich scheiße aussieht für diese Budgetklasse. Und das wird ja konstant ins Gesicht geschmissen. Halt wirklich konstant. Wo du halt vollkommen überkomplizierte Verschwurbelungen im Hintergrund hast. Den Großteil des Films über hast du eben da um Artemis Fouls Haus herum, wie da dieser Sichtschild langsam in sich zusammenkrach. Und deshalb weißt du die ganze Zeit diesen grauen Schmierfilter, welcher dann später Elfen einsaugt in so einem komischen Blubber-Effekt, wo du am Schluss überhaupt gar nicht weißt, was genau hier passiert. Das sah so grenzbescheuert aus. Ja, also das, das, man kann sagen, wie es ist. Für einen No-Name-Regisseur wäre dieser Film ja ein todsicheres Karrieregrab. Für Kenneth Brenner Gott sei Dank nicht. Der wird ja Ende des Jahres oder wenn er denn dann kommt, Tod auf dem Nie rausbringen, die Fortsetzung zum Mord im Organ-Express. Da freue ich mich sehr drauf. Ansonsten, der Film hier, ne, also das, das, das ist ein Griff ins Klo. Das, das kann man sich auch nicht schönreden. Man kann auch nicht sagen, ja, aber vielleicht ist es ja für sich genommen ein netter Film. Nein, es funktioniert nicht. Aber Leute, ich würde sagen, wir kommen wirklich auch so langsam zum Ende. Weil man, man kann, das habe ich zu euch im Vorgespräch gesagt, man kann wahrscheinlich ewig über diesen Film reden, aber man möchte es nicht. Man möchte es einfach nur hinter sich bringen, genauso wie den Film selber. Und deshalb würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Fazit und vergeben, was vergeben wir denn mal Schönes? Die Punkte, in was vergeben wir die? Arschklappen. Arschklappen, Arschklappen, genau. Die einzig denkwürdige, das, ja, doch, vorne kommt's rein, hinten kommt's raus, perfektes Sinnbild für den Film. Ja, das hier ist die, Disney ist die Arschklappe in diesem Film. Genau, und dafür macht dann Mo auch den Anfang. Wie viele Arschklappen vergibst du? Ja, eine Arschklappenfront gibt's bei mir einen von fünf möglichen. Ich hab den Film gesehen, ich hab ihn jetzt gerne mit euch besprochen. Als Fazit kann ich nur sagen, ich hab hier einen Film gesehen mit einem ganz lose definierten Helden, den ich nicht mal als solchen bezeichnen würde. Ich hab keinen Bösewicht finden können in dem ganzen Streifen. Hätte gern einen gehabt, hab keinen gefunden. Und das Ganze ... Du hast ein Bier getrunken. In der Szene hast du gerade ... Ich hab mir ein Malzbier geholt, schwuppsiwupps, ja. Und, ähm, ich ... Ja, es fühlt sich halt an, dass ich hier so eine Entstehungsgeschichte hätte sehen können für einen Charakter, den ich einfach nicht wiedersehen will. Kein von denen. Ende, aus, Schluss, pfui. Okay, lasse. Ah, okay. Kurzversion, kurzversion. Okay, okay, das ... Ich versuch's ... Das Ding ist halt, viele würden halt denken, ich als großer Fan der Bücher bin stinksauer. Das bin ich gar nicht. An einem bestimmten Punkt von dem Film hab ich wirklich einfach nur amüsiert zugeguckt und es genossen, wie ich mir dachte. Das ist absolut nicht die Bücher. Aber ich ... Ich bin nicht wütend, weil ich bin ehrlich gesagt aus dem Alter raus, wo ich mir darüber ... Ah, ein Film ist nicht so wie dieses Buch, bla, bla, bla. Ich hab immer noch das Buch. Es gibt auch ein paar gelungene Comic-Adaptionen. Ich vergebe 1,5 von 5 Arschklappen, weil ich fand die All Things Considered. Die Schauspieler haben keinen schlechten Job gemacht. Einige Figuren sahen so ähnlich aus, wie ich es mir vorgestellt hatte. Sie haben halt nicht wirklich groß was gemacht. Und ich mochte die Musik. Aber ansonsten nicht wirklich was von den Setpieces her. Nichts von der Action her. Ein paar Visuals waren nett. Ansonsten ist dieses Ding ein perfektes Sinnbild für verschwendetes Potenzial. Ich hoffe, irgendwann wird noch mal was draus. Bis dahin empfehle ich einfach nur, lest wirklich die Bücher. Das sind richtig schöne Bücher. Und guckt euch, weiß nicht, gelungenere Buchverfilmung an, als das hier. Wenn ihr neugierig seid, als Buch-Fan, dann kommt mit ein paar Freunden zusammen und guckt euch das an. Ich werde ihn auch noch mal gucken und meinem Bruder zeigen, welcher auch das Buch kennt. Und ich würde gerne seine Reaktion sehen. Du guckst den ganzen dritten Mal? Ja. Was stimmt denn nicht mit dir? Einfach, weil ich bin ein Masochist, verdammt. Es ist Lasse. Ach so, das wusste ich nicht. Entschuldige. Er hat auch Cats im Kino gesehen. Ja, ja, Cats verflucht nochmal. Und den würde ich auch noch mal gucken, mit jemandem, der ihn noch nicht kennt. Einfach nur, um den Horror auf seinem Gesicht zu sehen. Und hier wird das so ähnlich der Fall sein. Ich will einfach nur mit ihm das gucken und drüber lachen. Weil was anderes kann ich einfach gar nicht. Ist der Film doof? Ja, ist er. Ist er das grauenvollste aller Zeiten? Nein. Aber ich war trotzdem amüsiert von diesem Reinfall. So. Gut, dann bilde ich das Schlusswort. Also, der Film ist auf keinen Fall der schlechteste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Das ist immer noch konkurrenzlos. Red Letter Day hört gerne in die Besprechung von mir, Stu und dem Kollegen Michael Roos rein. Aber es ist vermutlich einer der schlechtesten Disney-Filme der letzten Jahre, die jetzt nicht unbedingt ... Ja, gut, also Lion King fand ich beschissener. Aber das ist eine persönliche Sache. Ja. Aber ansonsten ist da eigentlich nichts zu holen. Das Ding ist ein absoluter Clusterfuck. Es ist eine Katastrophe. Der Negativ-Hype ist berechtigt, auch unabhängig davon, ob man jetzt die Vorlage gelesen hat oder nicht. Das haben wir jetzt weitreichend klargemacht. Ich vergebe auch 1,5 Arschklappen. Und ich kann nur noch mal dasselbe sagen, wie ich schon während des Abspanns, wo ich den Film schon wieder vergessen hatte, halb gesagt habe, ich möchte eine Netflix-Serie davon. Weil das wäre, glaube ich, genau die richtige Heimat für so ein edgy Kinderbuch, denke ich mal. Und ich würde sagen, damit beschließen wir das ja auch. War eine sehr, sehr schöne Besprechung. Auch irgendwie eine kleine Zanggeburt, aber das führen wir jetzt nicht weiter aus. Deshalb würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und ja, Mo, war sehr, sehr schön. Gerne wieder bei einem besseren Film. Und es kann ja eigentlich noch besser werden hiernach. So sehe ich das auch, Jungs. Hat mir Spaß gemacht. Mir ebenso. Und ich verabschiede mich mit den denkwürdigen Worten. It's feeding time. Okay. Macht's gut. Ciao, ciao. Ahoi. Tschüss. Auch von mir ein herzliches Willkommen zurück zum Tele-Stammtisch. Eurem Podcast für Filme, Serien und alles, was man damit in irgendeiner Art und Weise in Verbindung bringt. Denn manchmal kommt es vor, dass wir eben kein Kino-Neustart oder Streaming-Tipp präsentieren. Dafür aber gleich eine ganze Streaming-Plattform. Denn jetzt soll es um genau so eine gehen. Wir machen ja nun bereits regelmäßig Reviews zu Netflix-Originals oder zu Disney-Plus-Sachen. Auch hin und wieder was zu Mubi. Heute soll es allerdings mal um was komplett anderes gehen. Eine komplett andere Plattform, nämlich Filmtastic. Ja, ein Gesamtüberblick, ein Eindruck, eine kurze Meinung von uns. Und ja, ihr hört es, ich bin hier alleine. Bei mir ist heute der Piet. Hallo. Hallo, Raul. Ja, wir hatten einen redaktionsinternen Zugang. Und wir beide haben uns da so ein bisschen umgesehen. Ich würde jetzt gleich mal vorneweg fragen, wie würdest du denn in erster Linie das Programm beziehungsweise die Auswahl dieser Streaming-Plattformen beschreiben oder einordnen? Also ich finde, man kann es eigentlich relativ gut sagen, indem man sagt Blockbuster, weil es sind schon relativ viele Blockbuster da vorhanden. Oder das ist so das, was den Streaming-Dienst ausmacht. Oder? Ja, also ich glaube, es stand da über 250 Filme und Serien. Soll es auf dieser Plattform geben. Es kam mir beim ersten Blick ein bisschen weniger vor, als sie auf der Plattform war. Weiß ich nicht. Ich habe auch nicht nachgezählt. Es sind keine Originals. Also das sind rein solche eben so Filmklassiker. Schreiben sie sich, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Stirn. Es ist so ein Film-Fan-Starterpack, habe ich manchmal das Gefühl, so mit Filmen wie Pulp Fiction und Shutter Island und Terminator und so weiter. Genau. Also es ist ein Streaming-Dienst von Leonine Films. Die haben jetzt drei neue Streaming-Dienste an den Start gebracht. Einmal Filmtastic, das ist halt eher so die Blockbuster-Richtung. Und dann noch House of Horror, so in die Horror-Genre-Richtung. Und Arthouse-Cinema. Also haben drei Streaming-Dienste an den Start gebracht. Kosten alle 3,99 Euro im Monat. Und ja, wir schauen uns jetzt halt Filmtastic an und sagen da ein bisschen was. Richtig. Bei den Filmen haben wir, wie gesagt, 250 Filme und Serien. Die Filme, die sind eigentlich der Großteil, sag ich mal, bekannt. Zumindest, wenn man jetzt so ein bisschen in der Filmwelt unterwegs ist, wie wir es jetzt sind. Bei den Serien, das sind, glaube ich, acht. An der Zahl, da war ich dann erst mal, ja, davon kannte ich nämlich keine, höchstens mal vom Namen, aber du zumindest, du hast gesagt, du kennest da auf jeden Fall eine. Ja, also ich finde sieben von den Serien, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, aber würde ich mir jetzt nicht unbedingt anschauen. Aber eine ist dabei, und zwar Line of Duty. Das ist eine britische Polizeiserie. Und es geht im Prinzip, wenn man es kurz zusammenfassen will, um Polizisten, die gegen andere Polizisten arbeiten, die irgendwie was mit Korruption zu tun haben. Und das ist echt eine ziemlich gute Serie. Und da gibt es alle fünf Staffeln von, die kann ich empfehlen bei dem Streaming-Dienst. Die gibt es auch aktuell nirgendwo anders zu streamen. Genau, das ist nämlich auch dann immer so ein Punkt. Bei den Filmen muss ich sagen, sowas wie, wo ich da auch gar nicht den Überblick habe, was jetzt genau wo läuft, das ist ja dann, vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen, bei dieser großen Anzahl an Streaming-Anbietern. Bei den meisten Filmen hatte ich das Gefühl, dass es die doch noch irgendwo zu sehen gibt. Weiß aber nicht, ob ich mit dieser Annahme komplett richtig liege. Ja, doch, das Gefühl hatte ich aber auch, dass das irgendwie alles Filme sind, die irgendwie gerade bei Netflix sind oder bei Amazon Prime oder dass die halt vor kurzem noch da waren. Aber es sind halt so die typischen Filme, die man auch bei den anderen Streaming-Diensten zu sehen bekommt. Richtig, ja, genau. Jetzt ist jetzt die Frage, also im Vergleich zu anderen Streaming-Anbietern, wir haben jetzt schon gesagt, der Preis, der ist mit 3,99, beziehungsweise zurzeit gerade 3,89 im Monat, ist der nicht so hoch wie bei anderen, die Auswahl ist auch geringer. Würde dich diese Auswahl denn erst mal ansprechen? Denn ich habe jetzt das Problem, als jemand, der halt jetzt jeden Tag Filme guckt oder der halt ein bisschen noch tiefer drin steckt vielleicht jetzt als andere, dass da so für mich jetzt nicht das Richtige dabei ist. Da finde ich zum Beispiel Mubi deutlich interessanter, weil man eben bei Mubi sehr viele unbekannte oder kleinere Sachen findet, viel Arthouse mit. Gut, wenn es ja noch den Arthouse-Bereich gibt, aber wir kümmern uns ja hier um Filmtastic. Aber das ist halt eine Geschmackssache. Ja, also ich stimme dir zu, dass es halt, ich finde die Filmauswahl, es erinnert mich schon sehr an Netflix oder Amazon Prime, nur halt, dass das Angebot viel, viel kleiner ist. Und deswegen weiß ich nicht, ob der Streaming-Dienst so die Möglichkeit hat, sich da durchzusetzen, weil ich weiß nicht, ob das ankommen kann, ein Streaming-Dienst mit Blockbustern, die aber alle irgendwo anders auch vielleicht laufen. Und ja, da gibt es irgendwie nichts, was den für mich so besonders macht. Auch wenn es natürlich immer wieder so kleinere Filme, etwas kleinere Filme gibt, die man da sehen kann. Die fand, also finde ich jetzt auch ganz interessant, was zum Beispiel Chaplin oder der Mondmann oder so. Aber insgesamt finde ich es auch schwierig, das Programm. Ja, was ich mich gefragt habe, ist, wenn wir jetzt mal auf das Angebot schauen, wie lange sind denn hier manche Filme zu sehen? Und merkt man denn, wann oder wie sie wieder verschwinden? Also es stand ja auch da, dass sich das Programm immer wieder erweitert. Und das finde ich halt immer so einen wichtigen Punkt bei solchen Streaming-Plattformen, dass man auch nicht plötzlich sich das auf die Merknisse setzt und dann am nächsten Tag feststellt, oh, das gibt es gar nicht mehr. Ja, also da kann ich dir leider nichts zu sagen. Ich hatte auch mal auf der Seite geschaut, aber ich habe nichts gefunden zu diesen Auslaufdaten bei den Filmen. Ich habe nur irgendwo gelesen, dass wohl so zwei bis drei neue Filme pro Woche kommen. Ich fand auch, ich habe dann mal, es gibt ja auch bei Amazon Prime, kannst du ja dir diese Channel holen. Und da gibt es ja auch einen Filmtastic-Channel. Und dann habe ich einfach mal so durch das Angebot dort gestöbert und dann habe ich festgestellt, dass dort noch mehr Filme drin sind, die es jetzt hier auf der Website gar nicht gibt. Und da war ich dann auch erst mal verwundert, weil zum Beispiel da ist sowas wie Lawrence von Arabien, Die eiserne Lady oder Captain Phillips. Auch noch ein paar kleinere Filme. Also das sind schon so Filme, wo ich mich frage, okay, warum sind die denn jetzt nur auf dem Channel enthalten und nicht, gut, nun kostet der Amazon Channel genauso viel. Also der kostet, glaube ich, auch 3,99 Euro im Monat. Ja, und da kommt halt noch die Kosten von Amazon Prime an sich dazu. Ja, also vom Angebot her würde ich, glaube ich, eher sagen, es ist so mal was zum Rumstöbern oder mal zu so einem Überblick zu verschaffen. Aber es ist jetzt nichts, was ich mir mehrere Monate oder gar mehrere Jahre jetzt holen würde. Nee, auf gar keinen Fall. Also man kann sagen, die Webseite kann man sich ohne Anmeldung auch anschauen. Man kann sich das ganze Programm anschauen. und erst wenn man einen Film sich anschauen will, dann muss man sich anmelden. Und auch dann hat man die Möglichkeit, ein 14-tägiges Probeabo zu machen. Und das, finde ich, ist jetzt bei dem Streaming-Dienst hier, kann man das schon sagen. Das Probeabo kann man mit Sicherheit mal machen. Und da wird man auf jeden Fall, für 14 Tage kommt man da auf jeden Fall gut mit zurecht, glaube ich. Da wird man einiges finden, was man sich gut anschauen kann. Ja, definitiv. Dann kommen wir doch mal kurz weg vom Inhalt und gucken noch mal kurz zur Gestaltung von der Plattform. Fandest du das weitestgehend so übersichtlich? Oder wie findest du das im Vergleich zu anderen Plattformen? Ich finde, es hat mich schon sehr, sehr, sehr stark an Netflix erinnert. Oh ja, ja. Von der ganzen Aufmachung. Die Farbgebung ist ähnlich. Die Ansicht ist eigentlich genau dasselbe wie bei Netflix. Und das fand ich schon ein bisschen schwach eigentlich. Ein bisschen unkreativ. Ja gut, ja genau. Also ich habe ja auch Netflix-ähnliche Optik bei mir aufgeschrieben, weil es ist wirklich auch dieses Rot und Schwarz. Genau. Es erinnert schon, der mir hat zum Beispiel so eine Übersicht, wo man alle Filme auf einmal sieht, gefällt. Also wo man zum Beispiel hier die alphabetisch sortieren lassen kann und dann hat man alle auf einen Blick. Man hat eben nur diese Aufteilungen nach Action, Krimi, Komödie und so weiter. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass man bei diesen Kategorien immer irgendwie den einen oder anderen Film übersieht oder nicht angezeigt bekommt. Ja. Und vor allem hier bei so einem kleinen Streaming-Dienst wäre das schon ganz sinnvoll, das so alphabetisch zu ordnen. Fände ich auch, ja. Es ist aber immer noch übersichtlicher als beispielsweise Mubi. Ich weiß nicht, ob du mal auf der Website warst, aber da konnte ich zumindest nicht so richtig einordnen, wo denen jetzt welcher Film hingehört beziehungsweise wann welcher rausfällt oder so. Also hier gibt es wenigstens so eine Übersicht. Genau. Außerdem, genau, das hast du noch bei jedem Film, wenn man einmal so mit der Maus drüber fährt, da gibt es so fünf Kästchen oder beziehungsweise so eine Bewertung. Also ich glaube, dass es eine Bewertung ist zumindest. Ja. Und ja, wo dann halt immer punktemäßig die Kästchen ausgemalt werden und da kann man dann so sehen, wie die Filme bewertet sind, wobei ich mich dann frage, okay, wie verlässlich ist jetzt die Bewertung, wenn dort, ich glaube, ich habe keinen gefunden, der unter vier von fünf Punkten hatte. Ja, genau. Ja. Was dabei vielleicht noch ganz nett ist, wenn man halt über die Filme auch so drüber fährt, da wird daneben auch noch die Laufzeit angezeigt. Das ist vielleicht noch ganz praktisch, dass man direkt sieht, wenn man jetzt irgendwie abends spät dran ist oder so will, keinen langen Film mehr, dann sieht man direkt ja anderthalb Stunden, der geht, der ist gut. Und dann ist das vielleicht ganz praktisch. Ja, definitiv. Man kann bei den meisten Filmen außerdem noch verschiedene Sprachen auswählen. Genau. Ich habe es jetzt nicht bei allen durchprobiert, aber bei denen, wo ich mal reingeschaut habe, ging das zumindest. Das ist ja auch immer ganz gut, wenn man gerade Filme auch im englischen Original oder so sehen möchte. Ja. Ja, also ich habe auch gesehen, es gibt so gut wie alles. Ich glaube, alle, die ich angeklickt habe, gab es auch im Originalton. Untertitel gab es aber bei den wenigsten nur. Das stimmt. Untertitel gab es fast keine. Genau. Und es können bis zu drei Geräte registriert sein. Das ist vielleicht für den einen oder anderen noch ganz interessant. Ja. Dann würde ich sagen, bevor wir zu einem kleinen Fazit von dieser Plattform kommen, würde ich dich noch fragen, ob du vielleicht noch irgendeinen kleinen oder auch einen größeren Film so beim Durchstüber gefunden hast, bei dem du sagen würdest, wenn man sich Filmtastic zulegt, dann sollte man da mal einen Blick drauf werfen? Ja, also wie gesagt, die Serie Line of Duty kann ich nur jedem empfehlen. Dann noch Sterben für Anfänger ist eine Komödie, auch eine britische Komödie, die bei einer Beerdigung spielt. Und sonst noch Chaplin mit Robert Downey Jr., der da wirklich richtig gut drin spielt. Ja. Und du, was hast du für Tipps noch? Bei mir wäre es, über den bin ich nämlich ausgetrieben bei Filmtastic gerade drüber gestolpert, den hatte ich vorher noch nicht gesehen, der heißt Drei Männer im Schnee. Das ist eine Verfilmung von einem Erich Kessen Roman und das ist so eine lockere Verwechslungsgeschichte, über die ich halt einfach so gestolpert bin und die mich für einen Abend richtig gut unterhalten hat. Und die gibt es auch nicht bei anderen Anbietern, zumindest zur Zeit nicht. Und da bin ich auch nur bei Filmtastic drauf gestoßen. Und das wäre so ein kleiner Tipp, den ich jetzt vielleicht, der jetzt nicht unbedingt Blockbuster, Kino oder vielleicht, ja, aber der durchaus sehenswert ist. Ja. Genau. Okay. Aber gut, ja, kleines Fazit. Ich denke, Punkte brauchen wir an dieser Stelle nicht vergeben, ich weiß es nicht. Nee. Aber um ein kurzes, wirkliches Fazit, denke ich, wäre mir nicht drum rumkommen. Ja, also ich fange mal an mit dem Fazit. Ich würde sagen, wenn man es böse formulieren will, ist es ein Netflix für Arme, weil das Programm schon, die Aufmachung erinnert sehr an Netflix, denn das Programm ist sehr von Blockbustern geprägt, aber halt wenig, wenig Neues. Und mit vier Euro, ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen zu teuer für das relativ kleine Angebot, weil das, ja, es gibt halt immer mehr Streaming-Dienste, die mit so kleinen Beträgen einen locken wollen und ich weiß nicht, ob das hier dann gerechtfertigt ist. Und deswegen würde ich sagen, wenn man Interesse hat, das Probeabo kann man ja auf jeden Fall machen für die zwei Wochen und dann kann man sich überlegen, ob man es noch länger haben möchte oder nicht. Aber mehrere Monate würde ich jetzt auch, würde ich ihn auch nicht abonnieren. Ja. Also ja, die Auswahl, die ist nicht so groß. Dafür finde ich den Preis, ja, eigentlich sogar ganz angewesend. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel so einen Filmklassiker nehmen, keine Ahnung, Pulp Fiction, wenn jetzt in keinem Angebot enthalten wäre oder man kauft ihn sich oder man leitet ihn sich bei Amazon für 4,99 oder für 3,99 und dann hier halt hast du für 3,99 so eine ganze Auswahl an Filmen, finde ich okay, ist jetzt für mich auch kein dauerhaftes Ding und ist mehr dazu da, wenn man so einen einzelnen Film sehen will, so ich klicke mich durch die und dann will ich meinetwegen hier Drei Männer im Schnee sehen und dann, wenn ich mir das dann für einen Monat kaufe, gut, dann habe ich halt 3,99 für diesen Film beziehungsweise habe dann noch potenziell ein paar Filme, die ich mir auch noch so angucken könnte. Aber wie du auch schon gesagt hast, nicht, was ich auch über mehrere Monate machen würde. Da, wie gesagt, vielleicht auch die Augen offen halten, wo man ein Filmtestig bucht. Also der Amazon Channel ist da momentan für mich vielleicht sogar die attraktivere Version. Ich brauche es aber ehrlich gesagt zurzeit gerade nicht. Ja, genau. Also sagen wir, Probe-Abo kann jeder gerne machen und ob man es dann länger nutzt, muss jeder für sich entscheiden, glaube ich. Ja, das auf jeden Fall. Gut, damit sind wir auch am Ende unseres kleinen Rundumblicks zu Filmtestig und ja, ich danke dir, Piet, für deine Zeit. Ja, es hat Spaß gemacht. Und euch fürs Zuhören. Vielen Dank und bis zur nächsten Besprechung hier beim Tele-Stammtisch. Ciao. Ich möchte hiermit ganz, ganz herzlich eine ältere Dame grüßen, die zu 100 Prozent wahrscheinlich schon tot ist. Und ich weiß auch ihren weder Vor- noch Nachnamen, aber als ich klein war, war es gang und gäbe, dass man, wenn man Fotos entwickeln musste, zu ihrer Fotostube hingehen musste, weil es nichts anderes im Ort gab. Und die hatte immer so einen kleinen Pudel, der in meiner Ecke lag und ich habe, wenn ich größer wurde, wurde der Hund immer älter. Und am Anfang war er richtig aktiv und ich hatte auch als Kind Angst und mit fortschreitendem Alter hatte ich das Gefühl, veränderte sich das so ein bisschen. Diese werte Dame möchte ich gerne grüßen und damit Hallo zur Besprechung von One Hour Photo, einem Film aus dem Jahre 2002 mit Robin Williams, den es seit einiger Zeit auf Netflix zu sehen gibt. Das solltet ihr schon mal tun. Ich möchte hier jetzt nichts vorwegnehmen, aber ich glaube, wir beide sind uns einig, Maximilian, hallo auch an dich. Ja, hi, hi. Dass der Film gut ist. Ja, ist er. Das war es eigentlich schon. Ja, das würde es jetzt so stehen lassen. Schaut ihn euch an. Bis später. Aber ich habe ihn jetzt vor vier Tagen nochmal geguckt. Das war meine Zweitsichtung tatsächlich. Ich habe ihn dann zum ersten Mal geguckt, als er auf DVD rauskam. Ich weiß gar nicht, ob der Offizienz Kino kam in Deutschland. Ich glaube nicht. Damals, als ich ihn geguckt habe, war das, was da passiert, also jetzt nicht die Handlung an sich, aber den Job, den Robin Williams als Seymour genannt, Cy, ausführt, etwas ganz Normales. Wenn man sich ihn heute anguckt, den Film, sind da so ein paar Sachen drin, wo ich glaube, dass vor allem jüngere Semester Verwunder mit dem Kopf schütteln. Ja, da müssen wir wahrscheinlich dann ein paar Sachen erklären. Ja. Genau. Oh mein Gott. Das sind Geräusche, die einfach, das ist aussterbende Geräusche. Vielleicht finde ich irgendwo welche, dann spiele ich das jetzt ein. Es gibt bei Shaun of the Dead diese eine Szene, wo Ed ein Foto macht und dann auch den Foto gerade zuvor, also dieses Rädchen benutzt. Wenn du ein Sample suchst, da könntest du es finden. Dann Shaun of the Dead gucken. Aber was eben auch noch vielleicht dazu gesagt werden muss, es ist ja auch eine damals sehr moderne Art gewesen, die Fotos dann in Express-Entwicklung. Also bei uns hieß One-Hour-Foto halt dann Express-Entwicklung, dass du die innerhalb von zwei Stunden wieder mitnehmen konntest, weil im Normalfall war es so, du bringst den Film hin und vier Tage später kannst du dir die Fotos dann holen. Also ich komme ja Kleinstadt und du bist ja Münchner, das heißt. Ja, aber ich war damals, war ich auch noch Kleinstadt. Okay, weil bei uns in der Kleinstadt gab es sowas nicht. Es gab zwar Express, aber Express hieß, du bezahlst irgendwie, was weiß ich, drei, vier Mark mehr und dann war es in 24 Stunden später fertig. Ansonsten halt, wie gesagt, auch so vier, fünf Tage und ihr müsst gar nicht glauben, junge Leute, dass ihr irgendwie angerufen werdet, wenn das Ding fertig ist. Ihr müsst dann in den Laden reingehen und dann war da so ein Regal mit den ganzen fertigen Fotos in so komischen Papierhüllen und ihr musstet dann gucken, ob das die gleiche Nummer hat wie bei euren Abholscheinen. Und es kam schon mal vor, dass da irgendwie ein Fehler war und ihr ging dann mit Fotos nach Hause, die nicht eure waren. Genau und im Prinzip, wenn jetzt unsere Hauptfigur sei, gespielt von Robin Williams, fantastisch. Wenn der eben jetzt kein Verkäufer wäre und kein Filmeentwickler, sondern einfach nur ein Customer, dann hätte das auch funktioniert auf eine gewisse Art und Weise. Aber so ist es natürlich sehr viel creepier. Jetzt haben wir, glaube ich, schon fast hier fünf Minuten rumgelabert, ohne jetzt mal überhaupt zu erklären, worum es in One-Hour-Foto geht. Es geht um, wo du lebst, als Seymour Parrish, genannt Psy. Er bekommt dann auch später den schönen Spitznamen Psy, der Foto-High, der in seinem Beruf aufgeht, der in so einem riesengroßen Supermarkt in der Fotoabteilung arbeitet, diese auch leitet und sehr viel, mit sehr viel Herzblut dabei ist und auch durchaus eine, ich würde sagen, penetrante Persönlichkeit ist, wenn es um die Qualität der Fotos geht. Ja, definitiv. Also er ist pragmatisch, aber ich würde ihn eher so vergleichen. Ich glaube, wenn du jetzt einen deutschen Film irgendwie machen würdest, dann wäre er sicherlich irgendwo so eine Art Gerichtsvollzieher, würde ich sagen. So einer von der Stock im Arsch-Sorte. Ja, und das ist auch interessant, also gleich zu Beginn des Films, wenn man, also er stellt sich quasi selbst vor, er begleitet den Film ganz oft mit so Off-Kommentaren und er wirkt nett und liebenswert, er wirkt aber auch auf mich wie eine Person. Ich bin dann auch froh, wenn ich nach zehn Minuten los bin. Ja, das ist der Typ, der einfach, man merkt, der hat nicht grundlos keine Freunde. Also um es jetzt böse zu sagen, aber ich will es nicht so böse ausdrücken. Er ist halt ein Einzelgänger, er ist so ein Einzelgänger, wie man ihn sich vorstellt und wie man ihn sich schnitzen würde. Und Psy ist auch ein sehr netter Verkäufer, also er ist sehr nett zu seinen Kunden und auch, glaube ich, im Kollegium durchaus angesehen, auch wenn natürlich einige ihn ein bisschen seltsam finden. Und er hat eine, wie soll ich sagen, eine besondere Beziehung zu der Familie Jorkin. Das ist Vater Will, Mutter Nina und der kleine Sohn Jake. Und da er die Fotos von ihnen bearbeitet und auch immer eine, ich nenne es mal, Sonderbehandlung der Fotos vornimmt, damit diese Fotos auch immer perfekt sind, weiß er auch recht gut, was bei der Familie Jorkin so abgeht. Und so erfährt Xai auch, als er dann andere Fotos mal entwickelt, dass der Vater eine außereheliche Affäre hat. Ja, und somit haben wir unseren ersten Stalker-Film der Geschichte. Tatsächlich, genau. Naja, gut, okay, Hitchcock hat vorher, glaube ich, wahrscheinlich schon einen oder anderen Stalker-Film gemacht. Aber wo es jetzt wirklich dann, wir sind ja jetzt auch in einem Zeitalter soziale Medien und du kannst halt alle Leute irgendwie ganz easy stalken. Das konnte man eben früher nicht. Und das ist mehr oder weniger so, vielleicht ist es ein Abgesang aufs Stalking der alten Zeit. Ja, ich habe mich auch, als ich den Film jetzt nochmal geguckt habe, gefragt, ganz ehrlich, was wäre mit Xai eigentlich heutzutage passiert, im Zeitalter von Twitter, Instagram und Facebook? Also wenn wir jetzt irgendjemanden haben sollten, der irgendwie früher mal als Fotolaborant oder sowas gearbeitet hat, einfach seinen Job verloren hat, weil er nicht mehr gebraucht wird. Was macht ihr heutzutage eigentlich? Der Robin, also der Xai, der stalkt halt eben die Familie. Und der One-Hour-Foto macht das relativ geschickt. Der fängt an als kurzweiliges Drama und wandelt sich dann immer mehr zu so einem Thriller. Und das Schöne finde ich dabei, dass er aber niemals so eine gewisse Schwelle überschreitet. Er bleibt immer, ich möchte mal sagen, authentisch, realistisch. Also es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie am Ende ein Massaker passiert oder so. Oder dass es Blutspritzt, wobei es gibt eine Blutspritzszene, die würde ich gleich nochmal mit einem Spoiler-Papit besprechen wollen. Aber ansonsten ist er sehr, sehr ruhig, sehr gediegen und wirkt dadurch auf mich auch, wie gesagt, sehr realistisch, authentisch. Ich könnte mir vorstellen, dass das so oder so ähnlich schon mal passiert ist oder passieren würde, wenn es jetzt doch Fotolabors gäbe. Also ich finde, was der Film halt wirklich nahezu perfekt macht, das ist, du hast also gegen Ende, wenn die ganzen Stränge dann irgendwie zusammenführen, es sind ja nicht so viele Stränge, aber wenn man sagt, ein Strang wäre halt das, was man von außen irgendwie betrachtet und ein Strang wäre das, was sei von sich selbst und seiner Motivation irgendwie denkt, wenn das irgendwie zusammengefügt wird, dann kann man doch auch eine gewisse Sympathie für ihn hegen, aber es macht ihn halt super creepy gleichzeitig. Also er wirkt schon, also ich habe auch, wie soll ich sagen, Sympathien nicht unbedingt, aber ich kann ihn verstehen, weil ihm bricht, unter ihm bricht ja alles zusammen. Genau. Das ist, glaube ich, das Problem. Und auch wenn er ein bisschen wirkt wie ein Freak oder Creep oder je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, ist er doch eine sehr liebenswerte Persönlichkeit. Ich muss mich auch immer fragen, also ich habe ihn jetzt nicht aktuell gesehen, aber ich habe ihn schon öfter mal geguckt, ist es vielleicht auch ein bisschen dieses Robin Williams, jetzt mit blondierten Haaren, er sieht ein bisschen so wie ein Porzellan-Robin Williams aus, finde ich. oder wie in so einem Barbie-Ken-Robin Williams-Verschnitt, ich weiß nicht, keine Ahnung, der creepy Nachbar in der Barbie-Welt. Und vielleicht macht es das auch ein bisschen aus, dass man, wie sagt man, dass man den Film vielleicht ein bisschen so schmierig irgendwie findet und so abstrus und so eigen, sage ich jetzt mal. Ja, diese Figur ist sehr seltsam. Sie ist schwer zu beschreiben, weil er ist halt zum einen liebenswert, zum anderen ist es aber, wie ich schon sagte, jemand, wo man eigentlich ganz froh ist, wenn man nicht mehr mit ihm sich unterhalten muss, wie schönen Tag noch und auf Wiedersehen. Also eigentlich so Supermarkt-Smalltalk. Und es gibt ja auch durchaus Szenen, wo er versucht, wo er mehr verlangt, sage ich mal. Was ihn ja dann noch creepiger erscheinen lässt, was dann mir dann auch wieder leid tut, weil eigentlich, so dumm es klingt, ist es ja nur jemand, der auch irgendwie gemocht werden möchte oder geliebt werden möchte. Einfach teilhaben will am Leben. Genau, der ist einfach satt, hat einsam zu sein. Genau, du hast ja auch da ein paar sehr, sehr starke Szenen, wenn ich mich erinnern kann, zumindest, wenn ich mich richtig erinnern kann. Gibt es ja da auch immer Szenen, wenn er allein ist, beispielsweise, an so einem komischen, wie nennt man dieses Holz? So ein komischer Klapptisch, glaube ich, ist das. Oder so ein ganz, so ein Mitropa irgendwas. Ja, ja, wie man so, sich so auf den Sessel oder so, ne? Ja, also es ist halt dann auch karg eingerichtet. Kommen wir dann im Spoiler-Bereich dann wahrscheinlich auf die... Auf die Anführungszeichen vierte Wand. Ja, genau. Und ja, das spielt halt dann alles irgendwie mit rein. Und man merkt halt, es gibt eine Sache, bei der er wirklich auflebt. Und das ist, wenn die Familie Jorkin bei ihm Fotos abholt oder abgibt. Das ist halt so, er fantasiert sich halt auch irgendwie rein. Und das ist ja auch ganz schön, dass der Film dir relativ klar macht, dass er sich in diese Familie reinfantasiert, dass er ein Teil dieser Familie ist, was er ja nicht ist, aber dafür eben jetzt keine Traumsequenzen oder so benutzt. Und da sieht man mal wieder, wie gut Robin Williams eigentlich war, der wirklich in dieser Rolle voll aufgeht. Viele so Leute oder Darsteller oder Darstellerinnen, die vor allem in der Komödienbranche aktiv sind, da ist es immer das Problem, wenn die dann was Ernstes spielen, dass man immer so das Gefühl hat, okay, irgendwie, ah, ich nehm's ihnen nicht ganz ab. Und jetzt zum Beispiel bei Robin Williams, wenn der halt ernst gespielt hat, war das nie das Problem. Das Gleiche ist auch bei Steve Carell und Foxcatcher. Aber das zeigt dann auch, wie gut die als Darsteller sind. Denn ich hatte nie wirklich das Problem, dass ich jetzt denke, oh, Robin Williams, oder nee, das war für mich immer, es ist Psy der Foto-High. Ich muss da auch echt die, keine Ahnung, die damalige Zeit ein bisschen übers Knie legen und einen nackten Arsch versohlen, weil ich weiß noch, wie damals der Film dann irgendwie rauskam und die DVD dann irgendwie da war und ich zu meinem Videotheken-Heini irgendwie ging. Da war einfach ganz klar, oh, Robin Williams in so einer absolut untypischen Rolle und, naja, keine Ahnung, er hat halt vorher schon Charakterrollen gespielt, weißt du? Es ist ja nicht so, dass da jetzt einfach... Wobei mir jetzt spontan kein Film davor einfällt, wo er wirklich so eisenhart auf, ich sag's mal, Dramaschauspieler getrimmt war. Nee, das nicht, aber da hat ja, Good Will Hunting hat er ja vorher auch schon getrimmt. Stimmt. Beispielsweise. Okay, stimmt, stimmt, da, ja, ja, da, ja, doch, gut, ja, hast recht. Ja, nee, aber natürlich kommt er aus dem Comedy-Bereich. Ich meine, der war ja, glaube ich, auch Saturday Night Live damals, also... Nee, war nicht, nein. Nicht, aber der war ja nicht mit dieser ganzen Belushi-Clique irgendwie damals unterwegs. Du, das kann sein, dass er mal SNL zu Gast war, aber ich glaube, er hat nie Offiziells und Kader gehört. Ja, gut, okay. Dann hat er nur mit ihm gekokst. Der hat seine Karriere ja angefangen mit Morg von Morg, oder wie das hieß. Und ich meine, so blöd es klingt, aber das ist halt was, was einem dann, oder ihm vor allem dann, glaube ich, bis zum Tod, dann auch immer hinterher hing. Und wenn ich mir jetzt die Filmografie anschaue, da sind ganz, ganz viele verschiedene Rollen irgendwie drin. Zum Glück wird das jetzt auch mehr beachtet. Was für ein hervorragender Schauspieler das war. Ich würde auch sagen, also ich würde One-Hour-Foto schon zu seinem Spätwerk zählen. Leider Gottes Spätwerk. Und das ist für mich der beste Film meines Spätwerks, neben diesem World's Greatest Dead, der leider auch oft vergessen wird. Ja, ich mag auch Insomnia ganz gern. Also, aber da, glaube ich, mag ich den Film lieber als ihn jetzt in seiner Rolle. Ja, ja. Ich muss sagen, also Insomnia ist hier immer so der vergessene Nolan, wie ich ihn gerne nenne. Aber gerade so Sachen wie One-Hour-Foto oder halt eben World's Greatest Dead, die sollte man noch ein bisschen mehr promoten, weil die halt einfach so unter Fennerliefen laufen, so unter dem Radar, dass man da, glaube ich, wirklich ein bisschen häufiger die Werbetrommel schlagen müsste oder sollte, als jetzt für Insomnia. Ja, so gut ich den Film jetzt finde. Ja, ja, klaro. Also, da gehe ich mit. Ich meine, wenn man von Rollen spricht, und ich meine, du musst ja sagen, solche, es gibt zum Beispiel so Filme wie bei Christian Bale, das ist jetzt auch so ein Schauspieler, der wird auf ganz viele Rollen irgendwie runtergebrochen, aber ich meine, seine krasseste Rolle, in Anführungsstrichen, ist ja auch mit dem Maschinist ein sehr kleiner Film. Und da ist der Film jetzt nicht besonders, wie sagt man, das ist jetzt kein Meisterwerk, und er hat die ein oder andere gute Einstellung, und ist auch an sich ein guter Film, aber er lebt halt von dieser Rolle, und wie sie gespielt wird. Und ich finde, das ist halt bei One Hour Photo definitiv auch der Fall. Was man noch anmerken muss zu One Hour Photo ist, es ist, der ist technisch sehr gut gemacht, finde ich, für einen Film, der garantiert kein Millionenbudget hatte. Es ist so einer der ersten Filme von diesem Mark Romanek, das war, oder ist immer noch ein sehr gefragter Musikvideoregisseur, der hat gemacht Can't Stopp von den Red Hot Chili Peppers, Hört von Johnny Cash, also durchaus wirklich ein Mann, der weiß, was er tut. Aktuell Shake It Off von Taylor Swift. Oh, okay. Ah, da bleibe ich bei Johnny Cash und den Red Hot Chili Peppers. Was auch interessant ist, die Kamera, die hat mir jetzt auch sehr gut gefallen, das ist dieser Jeff Cronenworth, der Sohn von Jordan Cronenworth, glaube ich, heißt er. Der hat früher Blade Runner gemacht, und sein Sohn ist vor allem bekannt dafür, dass er der Stammkamera-Mann ist von David Fincher seit Fight Club. Okay, gut. Und der hat ja auch relativ gute Arbeit geleistet. Der sieht auch aus wie David Fincher. Ja, das stimmt. Die dubeln sich. Das stimmt schon, ja. Oh, das erklärt es jetzt. Ja, jetzt. Ey, du hast gerade ein Rätsel für mich gelöst, weil. Bitteschön. Als ich vor ein paar Tagen Wunderbar Foto geguckt habe, das war irgendwie abends, und dann dachte ich so, boah, ja, jetzt machen wir ins Bett gehen, nee, noch irgendwas anderes gucken. Und jetzt gucke ich halt tatsächlich zum zweiten Mal die Serie Mindhunter von David Fincher. Vielleicht lag es deswegen. Ja. Ja. Ich glaube, das war einfach ansteckend. Ja, vermutlich, ja. Wollen wir mal zu einem Fazit kommen und dann noch einen kurzen Spoiler-Teil ranhängen? Können wir machen, ja. Gut. Ich fange mal an. Als ich den das erste Mal geguckt habe, hätte ich den 5 und 5 gegeben, weil Meisterwerk, jetzt nach der Zweizichtung nach 18 oder 17 Jahren, das ist schon lange her, muss ich sagen, immer noch ein total toller Film. Hat mich nicht mehr so abholt wie früher, ist aber immer noch brillant. Deswegen sage ich 4,5. Ich gebe, ja, jetzt muss man überlegen. Also ich werde man heute noch mal anschauen und ich glaube, dass die letzte Sichtung so ein Jahr, eineinhalb wie her war. Aus meiner Erinnerung raus würde ich ihm jetzt auch eine 4 bis 4,5 geben. Aus den gleichen Gründen. Ich weiß, wie es damals bei der Erstsichtung bei mir so war, habe ich den im Thriller-Regal gesehen und ihn mir da dann auch rausgezogen. in Erwartung, dass es vielleicht der Film sein könnte, der meinen Durst nach ähnlichen Filmen zu 7 irgendwie stillt. Ja, ich meine, 7 ist ja psychologischer Thriller in erster Linie und sehr düster. Sehr düster ist One-Hour-Foto leider nicht, ist aber ein durchaus solider und sehr gut gemachter psychologischer Thriller mit einem tollen Charakterdarsteller. Ich finde es eigentlich auch schade, dass Mark Romanek nicht mehr Filme macht, weil da hätte mich tatsächlich interessiert, wie so der Weg dann weitergegangen wäre. Aber wenn er lieber Musikvideos machen will, verstehe ich das. Die sind ja auch kürzer. Er hat übrigens auch das Sehbuch geschrieben. Also komm, Mark, gib den Ruck. Two-Hour-Foto. Wir wollen es haben. Ja. Ich möchte gerne mit dir über eine Szene reden. Ja, bitteschön. Ich bin kein großer Fan von Jumpscares. Außer diese Jumpscares sind wirklich gekoppelt mit etwas, was ich warum auch immer toll finde. Und One-Hour-Foto ist durchaus ein Thriller-Drama, hat aber eigentlich keine Jumpscares. Bis auf diese eine Szene, diese Traumsequenz, wo Robin Williams einfach mal so ganz plötzlich aus den Augen blutet. Und wenn ich sage, aus den Augen blutet, dann meine ich Shining, Fahrstuhl-Referenz mit einer Druckpumpe hinten dran. Und ich habe den Film lange Zeit so damit in Erinnerung behalten, durch diese eine Szene. Und als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, ich weiß nicht warum, ich habe sie vergessen und ich bin wirklich wieder aufrecht gesessen, als sie kam. Ja, die hat aber auch, also wenn ich mich richtig erinnere, da ist ja das Rot so als mega starke Farbe irgendwie reingesetzt. Das ist ja alles total weiß und klinisch. Das ist ja eh total klinisch. Das ist so ein richtiger, eigentlich ist das ein bisschen so ein Sakrotan oder Baumwollhandschuh-Movie. Ja, aber das ist, fand ich, ist eine schöne Szene, weil ich hatte das Gefühl, das ist so, ab da ist halt dieser Punkt überschritten. Ab da ist der Punkt überschritten, wo er einfach sagen könnte, okay, scheiß drauf, ist halt so, zurück ins Geschäft. Ab da geht irgendwie alles bergab. Er tat mir ab da auch irgendwie leid, obwohl er ja dann wirklich Sachen macht, wo man als normal denkende Mensch auch denkt, dass ich sagen müsste, nee, das ist nicht okay. Aber ich konnte es irgendwie immer so ein bisschen nachvollziehen. Was lachst du jetzt? Nee, ich finde alles total. Also die Szene, die mir einfach am meisten im Gedächtnis bleibt, ist die, wenn sich die Kamera umdreht und man sieht halt wirklich diese eine Wand in seiner Wohnung, die in dem Film nie gezeigt wird. Ja. Mit den, wie heißen sie, Yorks, Yorkens, Yorkens. Ei, ei, ei. Obwohl, aber du, nee, du hast recht, also wenn man die, die blutende Augenszene als, als so Knackpunkt irgendwie nimmt, die war ja dann vor dem Ding, oder? Vor dem Reveal der Wand. Ja, ja, das kam relativ am Ende, würde ich sagen. Ich glaube, das sind dann auch, wenn du drehbuchtechnisch so ein bisschen nach Lehrbuch gehst, sind das dann so diese zwei einschneidenden Elemente, ja, also die Wand halt praktisch dieses Ende einläutert und die, ähm, der Point of No Return bei den blutenden Augen. Ja. Wobei, ich glaube, die Wand ist halt vor allem für den Zuschauer so der Point of No Return, ne? Ja, genau. zu sehr für ihn selbst. Ne, weil er war, er kennt ja seine Wand. Wobei, außer, es wäre aber Lust, ihn zum Film, hä? Jetzt wohne ich seit 20 Jahren in dieser Wohnung und wer gleistet mir die Wand zu? Fuck, das ist hier im Zimmer noch drin. Aber was du noch gerade gesagt hast, was ich auch gerade spannend finde, diese Sakrotan-Welt. Ja. Was ich auch ganz spannend finde oder sehr gut finde, wie wir es umgesetzt haben, dass, wenn er sich so hineinversetzt, dass er Teil dieser Familie ist, dass es gar nicht mehr, also es wirkt schon auch sehr eine heile Welt, aber ich finde, dann wirkt es nicht mehr so sakrotan. Das wirkt dann schon so wie, wie der Traum einer Realität, weil, wenn du überlegst, der arbeitet ja gefühlt irgendwie sechs Tage die Woche, zwölf Stunden in seinem Fotolabor in diesem Supermarkt. Das ist ja, ich glaube, das hat mit dafür gesorgt, dass er ein relativ gutes Weltbild hat. Das Ding ist, er kommt da mit sehr vielen Chemikalien in Berührung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese, wie sagt man, blondierten Haare nicht einfach auch nur vom Lösungsmittel kommt. Du siehst so, ich kann mir so vorstellen, er ist halt jeden Monat Mitarbeit des Monats so und dann siehst du das allererste Bild so mit so einer ewig langen Reihe und das erste Bild hat er so lange, hiebige Haare, so braun und von Monat zu Monat werden die Haare kürzer. braun gebrannt und jetzt gebleicht, der einseitig gebleichtes sei. Gibt es eigentlich der Foto-Hai, wie heißt denn der im Originalton? Weiß ich gar nicht. Ich habe ihn nur auf Deutsch geguckt, muss ich zu meiner Scheine gestehen, aber wenn ich abends im Bett irgendwie Filme gucke, dann bin ich sehr glücklich, wenn es die im Deutschen gibt, weil dann bin ich nicht mehr aufnahmefähig genug, um das zu übersetzen. Das ist verständlich. Gut. Dann würde ich sagen, schießen wir ein letztes Foto. Ja. So ein altes Geräusch. Max, es war mir eine große Freude mit dir über diesen wunderbaren Film zu reden. Ja, mir auch. Ich hoffe, bei euch da draußen hat es auch Spaß gemacht und wenn nicht, scheißegal. Und hinterlasse Kommentare, ob euch der Film gefallen hat und wenn nicht, hinterlasse auch Kommentare. Ja, und ihr könnt uns folgen bei FIT und wie die ganze Scheiße heißt und FIT und Frosties und Smacks und Fruit Loops und Und schreibt doch auch mal an euren Bundestagsabgeordneten eine Mail. Einfach so, die sollen auch mal mehr Geld in uns reinschicken. Das mache ich sofort. Da sage ich, hallo Herr Laschet, folgende Frage. Sie haben doch sicher Geld. Okay. Die sind doch so ein Bundesman. Okay. Okay. Ihr sollt jetzt hier den Schlussstrich ziehen sonst. Ja. Okay. Es war mir eine Freude und ich sage Adios. 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 Vielen Dank.